Also bitte, meine Damen und Herren, unser Show-Praktikant Oliver Skowronek. Gnadenlos Grand Prix, hast du gnadenlos versagt? Genau, ja. Ja, genau, ja. Ja, warum? Ja, das ist die Frage. Und was war es denn gelingen? Wir haben dich super vorbereitet. Wir haben dir dieses knallrote Gummiboot. Ein super Text. Du hast das Performing. Wir haben dich super vorbereitet und du hast es versaut. Stimmt, ja. Also gut, wir wollen dich ja weiterhin unterstützen, lieber Olli. Das freut mich sehr. Warten wir mal ab. Wir wollen dich ja weiterhin unterstützen in deiner Fernsehkarriere. Und wie du ja weißt, ist heute deine Liebelei nicht da. Ja, die Miss Fürth ist heute nicht da. Leider bin ich sehr traurig, ja. Leider. Für dich auch wirklich leider, weil dann machst du die nämlich heute für uns. Und zwar habe ich dir mal eine Perücke mitgebracht. Weiß nicht, ob die auf die andere Perücke draufpasst. Probier es mal. Passt mit Sicherheit drauf. Und dann haben wir natürlich, du weißt ja, die Sabrina muss ja immer ein Sekt bringen. Ja, ja. Ja, da muss man die andere Matte vielleicht auch mal weg irgendwann. Genau. In der Fernsehkarriere. Ja. Schau das. Ja, lass es so. Ja. So lassen, ja. Sehr schön. Man hat Hopfen und Mais. Jetzt haben wir hier den Prosecco. Ich habe leider keinen Öffner. Der hat uns jetzt leider irgendwie ab angekommen. Sag mal, hast du Musiker, haben doch meistens irgendwie Flaschenöffner, oder? Ja. Ah ja, sehr schön. Dankeschön. So. Machst du vielleicht mal gleich die Flasche auf? Ja. Das wirst du ja wohl können. Hoffe ich mal. Ist recht schwierig. Ist recht schwierig. Oh, glänzt wahrscheinlich. Ja, du musst den da reinbohren. Reindrehen. Ja, nicht reindrücken. Das ist ein Korkenzieher. Ziehen, ja. Ja, rein. Nein, nicht ziehen. Wie soll's denn rein? Also. Hast du noch nie eine Flasche aufgemacht? Selten, weil ich nicht trinke. Da kann ja keine Flasche aufmachen. Klar macht er das gleich vor. So, jetzt drehst du das rein. Andersrum. So, okay. Ja, das passt schon jetzt. Passt schon. Und jetzt ziehst du den Korken raus. Jawohl. Schwierig. Ja, da war man mit dem Spagges, ne? Ja, richtig. Ui, ei, ei. Ja, richtig gut. Jawohl. Beide proving, hat oder? Ja! Ja, gut. Sie fängt mich First oficin mit dem Blaschen her an.